Das Ruder ist die Einrichtung eines Schiffes oder Flugzeuges, die zur Richtungsänderung dient, indem es Drehmomente aus dem umströmenden Medium erzeugt. Dies gilt für Schiffe mit dem umströmenden Medium Wasser und für Flugzeuge oder Luftschiffe mit dem Medium Luft. Ein Ruder kann nur dann eine Steuerwirkung entfalten, wenn es durch Fortbewegung des Fahrzeugs von dem tragenden Medium umströmt wird. Die Steuerwirkung ist umso ausgeprägter, je mehr das Ruder quer zur Fahrtrichtung angestellt wird. Je größer seine wirksame Fläche ist und je schneller sich das Fahrzeug innerhalb des Trägermediums bewegt Begriff. Allgemeinsprachlich wird der Ausdruck Ruder auch für die Fortbewegungsruder eines Ruderbootes verwendet. Fachsprachlich ist mit einem Ruder dagegen stets ein Steuerruder gemeint. Das Bedienen eines Riemens oder Skals zur Fortbewegung eines Schwimmkörpers heißt allerdings auch in der Fachsprache korrekt Rudern. Die Bedienung eines Steuerruders heißt dagegen Steuern oder Rudergehen. Der etwas verwirrende Sprachgebrauch rührt daher, dass die begriffliche Unterscheidung zwischen Ruder und Riemen relativ jung ist. Ursprünglich war das Steuerruder auf Latein auch Gubernaculum oder Clavus genannt, einfach ein besonders großer. Am Heck oder auch an anderer Stelle der Schiffswand befestigter Riemen und die übrigen, der Fortbewegung dienenden Riemen, die im Prinzip dieselbe Form wie das zum Steuern verwendete Ruder besassen, wurden davon sprachlich nicht unterschieden. Von daher lässt sich Ruder im allgemeinen Sprachgebrauch bis heute unproblematisch als Sammelbezeichnung für Steuerruder und Fortbewegungsruder. Auffassen! Steuermann ist eine immer noch gebräuchliche ältere Bezeichnung für den nautischen Wachoffizier eines Schiffes. Der Rudergänger dagegen steuert das Schiff tatsächlich, in der Regel nach den Vorgaben des zuständigen nautischen Offiziers. Der Rudergänger ist also stets die Person, die zu einem gegebenen Zeitpunkt am Ruder ist, ungeachtet der Frage, ob sie den Rang oder die Funktion eines Steuermannes innehat, in der Freizeitschifffahrt bezeichnet Steuermann, hingegen den Rudergänger. Weder in der Berufsschifffahrt noch in der Freizeitschifffahrt ist der Rudergänger notwendigerweise auch der Schiffsführer bzw. Kapitän. Geschichte Die Schiffe in der Antike hatten zumeist zwei Ruder, die auch dann an jeder Seite angebracht waren. Die späteren Wikingerlangschiffe ein seitliches Ruder. Im Mittelalter wurde dieses Prinzip auch auf den Hansekucken verwendet. Der erste Beleg aus dieser Zeit ist eine Wandzeichnung aus dem 13. Jahrhundert in der Kirche von Fide. Die Pinne dieses dort deutlich größeren Ruders wurde mit dem als zusätzlicher Hebel dienenden Kolderstock bewegt. Das Seitenruder ist heute noch beim Steinhuder Torfkahn bekannt. Bei den Flussschiffen der Ägypter und Römer war das Ruder bereits zentral am Heck. Spätere Schiffstypen wiesen dann Seilgetriebe auf, die das Ruder vom Steuerrad aus bewegten. Da bei den frühen Segelschiffen das Seitenruder für die rechtshändige Bedienung mit Blick nach vorn üblicherweise auf der rechten Seite angebracht wurde, ergab sich für diese die seemännische Bezeichnung Steuerbordruderanlagen. Bei den Ruderanlagen heutiger moderner Seeschiffe wird der gewünschte Kompasskurs am Steuerstand auf der Kommandobrücke in die Selbststeueranlage eingegeben. Welche das Ruder bedient, der Kurs des Schiffes wird jetzt permanent mit der Kompasslage verglichen und das Ruderblatt entsprechend nachgestellt. Dieser Vorgang geschieht kontinuierlich, so dass die Ruderanlage eines der höchst beanspruchten Geräte auf einem Schiff ist. Das traditionelle große Steuerrad wird nur noch zum Manövrieren gebraucht, falls es nicht ebenfalls durch einen Joystick ersetzt worden ist. Ein Ruderlagenanzeiger auf der Kommandobrücke des Schiffes zeigt immer die Lage des Ruderblattes an. Es gibt verschiedene Arten von Ruderantrieben. Den sogenannten Ruderquadranten, wobei der Rudertrieb mechanisch über ein Schneckengetriebe erfolgt, sowie hydraulische Rudermaschinen. Letztere arbeiten entweder mit offenliegenden Hydraulikstempeln oder als sogenannte Drehflügelanlagen. Bei Ausfall der Borte Elektrik kann jede Ruderanlage mit einer Notteinstellung oder einer Notteinspeisung gefahren werden. Bei Booten der Freizeitschifffahrt oder kleinen Fischerbooten wird das Ruder auch heute noch unmittelbar mit einer Pinne bewegt. Der Rudergänger nimmt hierbei die Kräfte am Ruder direkter wahr. Die Mechanik einer reinen Pinnensteuerung ist bedeutend einfacher und nimmt weniger Platz in Anspruch als die Steuerung per Steuerrad. Die Drehbewegung am Steuerrad wird über Seile oder Ketten und Umlenkrollen auf den Ruderquadranten übertragen. An der Achse des Ruderquadranten ist direkt das Ruderblatt befestigt. Die Steuerseile sind so geführt, dass eine Drehung des Rades nach links zu einer Kursänderung des Bootes nach Backbord führt. Mit einer Radsteuerung ausgestattete Boote führen eine Notpinne mit, die direkt auf den Ruderschaft gesteckt werden kann. Für den Fall, dass die Mechanik versagt, etwa wegen Bruches der Steuerseile. Auf größeren Segelbooten sind Doppelradanlagen verbreitet, wobei beide Räder mechanisch gekoppelt sind. Dadurch, dass sich beide Räder synchron bewegen, kann der Rudergänger immer in Luft steuern. Im Gegensatz zu Motorbooten, deren Steuerräder denen von Autos ähneln und überwiegend hydraulisch unterstützt werden, sind die Räder von Segeljachten den historischen Segelschiffsrädern mit ihren großen Durchmessern noch sehr ähnlich. Denn Servomotoren zur Unterstützung der Kräfte sind wegen des Strombedarfs nicht üblich, auch Autopiloten sind nicht standardmäßig vorhanden. Fahrtensegler verwenden häufig mechanische Windfahnensteuerungen, weil diese ohne elektrische Energie auskommen. Das Steuerrad eines Segelschiffs ist nicht mit einer Rückstellfeder versehen, die das Ruder automatisch wieder in die Mittellage bewegt, wenn das Rad losgelassen wird. Das Steuerruder wird zum Ausgleich der konstruktionsbedingten Luftgierigkeit des Bootes benötigt und steht daher nicht notwendigerweise in der Mitte, wenn das Boot gerade ausfährt. Abhängig von der Form des Ruders und der Balancierung wird das Ruder beim Loslassen des Rades oder der Pinne recht schnell in einen Anschlag gehen und das Boot damit eine unkontrollierte Kurve fahren. Die Räder sind hingegen häufig mit einer Feststellschraube versehen, die bei einer einmal eingestellten, sauberen Trimmung des Bootes das Ruder in seiner Lage hält und das Schiff auch ohne Autopilot auf Kurs halten kann, vorausgesetzt der Wind ist konstant und die See relativ flach. Da dem Steuerrad von sich aus die Ruderlage nicht angesehen werden kann, wird zur einfacheren Orientierung die Mittelstellung meist farblich markiert oder das Schiff ist mit einem Ruderlageranzeiger versehen. Bauformen von Rudern und ihren Teilen Die Tabelle zeigt einige der gebräuchlichen Formen für Schiffsruder. Sonderbauformen Aktivruder Ein Ruder mit integriertem Propeller, der das Schwenken des Schiffes bei niedriger Geschwindigkeit unterstützt. Costa Birne Eine horizontale tropfenförmige Verdeckung des Ruders im Propellerstrahl Halbschweberuder Die obere Vorkante des Ruders ist als Ruderhackelstarr mit dem Rumpf verbunden, stützt das Ruder mit einem Lager und dreht sich nicht mit. Vorteil Das Ruder ist in seiner Mitte zusätzlich gelagert. Biegemomente aus Querbelastung des Ruderblatts müssen nicht vom Ruderstävenrohr aufgenommen werden. Nachteil Bei gelegtem Ruder ist die Konfiguration sehr zerklüftet, was zu Kavitationsproblemen führen kann. Außerdem treten in den hohlen Ecken des Ruderblatts eventuell Betriebsfestigkeitsprobleme auf. Schillingruder Das Ruder hat kein herkömmliches tropfenförmiges Profil, sondern eine abgeschnittene Hinterseite mit zwei scharfen Abrisskanten. Spatenruder Das gesamte Ruder ist als trapezförmige Flosse drehbar und nur im Innern des Rumpfes gelagert. Balanceruder Der Drehpunkt des Ruders befindet sich nicht an der Vorderkante des Ruders, sondern etwas dahinter. Dadurch vermindert sich der Kraftaufwand beim Ruderlegen, denn ein Teil der Strömung wirkt in Richtung der Ruderlage. Twisted Spätradar Obere und untere Hälfte der Vorkante sind gegeneinander verdreht, um sich dem Drall im Propellerstrahl anzupassen. Absicht sind geringere Energieverluste bei gerade Ausfahrt nicht eine bessere Ruderwirkung. Punkt Als Querstrahlruder bezeichnet man eine dem Besseren Manövrieren dienende Einrichtung zum seitlichen Bewegen des vorderen oder hinteren Schiffsendes, Luft- und Raumfahrt. Auch bei Flugzeugen spricht man bei den Leiteinrichtungen von Rudern. Die beweglichen Ruder bilden zusammen mit den starren Flossen das Leitwerk zur Flugsteuerung des Flugzeugs. Das Höhenruder zur Lagesteuerung um die Querachse. Das Seitenruder zur Lagesteuerung um die Hochachse. Das Querruder an der Hinterkante der Tragflächen enden zur Lagesteuerung um die Längsachse. Punkt Innerhalb der Erdatmosphäre kann bei Raketen das gleiche Ruderprinzip wie bei Flugzeugen zur Anwendung kommen. Zusätzlich können Leitflächen im Abgasstrahl durch Umlenkung des Abgasstrahls entsprechende seitliche Lenkkräfte ausüben.